Rahmen und Schatten erstellen Schöne Porträtfotos und Familienfotos will man gerne einrahmen. Photoshop Elements bietet Ihnen sogar die Möglichkeit, diese Bilder im Programm selbst einzurahmen und Schatten hinzuzufügen. So funktioniert's. Zuerst müssen Sie durch einen Rechtsklick auf die Hintergrundebene und der Auswahl Ebene duplizieren, die Hintergrundebene verdoppeln. Um Platz um das Bild herum zu schaffen, wählen Sie im Menü Bild die Option Skalieren Arbeitsfläche. Im Dialogfenster setzen Sie ein Häkchen neben Relativ und wählen als Maßeinheit Pixel aus. Die Rahmenstärke können Sie individuell bestimmen. Dank der Einstellung Relativ wird das Bild auf jeder Seite um die Hälfte des eingegebenen Wertes erweitert. Für den Schattenwurf wählen Sie Menü Ebene, Ebenenstil, Stileinstellungen und aktivieren Schlagschatten. Nun können Sie mit den Werten für Größe, Abstand und Deckkraft experimentieren, bis das Ergebnis Ihren Vorstellungen entspricht. Wir belassen die Werte für Größe bei 100 Pixeln, für Abstand bei 27 Pixeln und die Deckkraft reduzieren wir auf 50%. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um die Änderungen zu speichern. Das Ergebnis spricht für sich. Wir belassen die Schaltfläche, um 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 die